herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf dem marsch wir sehen jetzt dinkel auf der umfeld 2 aus dazu lauer mein kurs und auch mal dass es gleich klappt das sieht ganz gut aus gehen wir auch entklar wieder auf den rest so wieder ins lager fahren was ich noch brauche ist ein bauernhaus aber ich tendiere eher zum weichem feld aktuell ist für soja kein guter preis also drin wir sehen uns gleich dem die aussagen erfolgen ist aber trotzdem hier unter umfeld 1 dann ist er gleich weg verletigt gut lassen wir noch mal einpressen da muss ich näher noch mal arbeiten das heißt aber auch dass ich jetzt schon da muss ich den lgw ein bisschen putzen oder waschen jetzt sieht man ja nichts mehr das ist ja so dreckig das ist ja so das ist ja so die Das passt schon. Läuft schon mal. Ah, das geht jetzt wieder. Ahja, dann fahren wir mal eine wirklich große Halle. Das kommt gleich aus Spiegelach, meist ein paar Ballen rein. Das steht ja auch. Hallsauber. Das ist ein Beil. Es wird dunkel. Ich hoffe die Bildplatte passt. Ich kann jetzt untertonen. Die meisten fahren nur wie Samstag. Dabei raus haben wir die Regel. Ablau. Ich bin gespannt was hier noch Geld gibt. Das ist ja ein paar Minuten wie bei mir. Das ist ja ein paar Minuten. 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 Das ist ja auch sehr gut. Das ist ja ein paar Minuten hier. So, erwarte ich mir ein bisschen. Abwärts, umfaut danach, tun wir uns zurück. Jetzt zeigt die neuen Fruchtzeugen nicht an. Gut, da können wir noch abwarten, dass ein Updates kommt. Ich gehe davon aus, dass es ungefähr 2 Stunden dauern will. Gut, bis dahin ist er fertig. Es wird leicht. Yes. Ich gehe davon abwarten. Ich gehe davon abwarten. Ich gehe davon abwarten. Ich gehe davon abwarten. Vielen Dank. 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 Tschüss. da würde ich mir mal ein like freuen ich sag's nur danke und ich hab auch wieder rein und dann seid mal schüssi mit der Wienke und bis zum nächsten Mal na ciao und 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 Vielen Dank.